Schraubengeräusche in 230 Grad Herkerleuen. Wandern weiter voraus. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Hart Backbord. Auf Seeruhrtiefe gehen. Ruhe liegt Hart Backbord. Frage Peilung. Peilung. 240 Grad Herkerleuen. Kriegsschiff. Entfernung etwa 3500. Geistet. Geistet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Torpedowaffe ist besetzt Rohr 1 bis 4 klar machen zum Unterwasserschuss Rohr 1 bis 4 werden bewässert Mündungsklappen Rohr 1 bis 4 werden geöffnet Rohr 1 bis 4 sind klar zum Unterwasserschuss Fährer Fächer mit Vorhaltrechner Schaltung Schaltung ist Standseerrohr und Bugraum Fächerrohr 1 bis 4 werden geöffnet Fächerrohr 1 bis 4 auf Turm geschaltet Parallaxe Fächer Schaltung des ZDF, 2020 Parallaxe vordere Rohre geschaltet Spreu Winkel für 4er Fächer geschaltet Spreu Winkel für 4er Fächer geschaltet Tiefe 10 Torpedow Geschwindigkeit 30 Rohr 1 bis 4 Tiefe 10 Torpedow Geschwindigkeit 30 eingestellt Torpedow Geschwindigkeit 30 steht § Gegnerfahrt 5 Gegnerfahrt 5 Gegnerfahrt 5 Gegnerfahrt 5 Gegnercharbau rechts Lage 41 Gegner noodle Gegner Entfernung 200 Gegnerlänge 200 Folgen Seite folgt, Seite 353 Lage laufend Lage ist laufend. Lage 41 Fächer fertig Fächer ist fertig Fächer Los Fächer 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 Untertitelung des ZDF, 2020